Wie wurdest du vom BVB kontaktiert und wie kam der Transfer zustande? Weil ich glaube, das kriegt man ja tatsächlich, man liest dann immer, ne, Deal Fix und ja Sky Sport und was weiß ich nicht, aber wie das wirklich so hinter den Kulissen läuft, wie man sich das vorstellen muss als Fan. Ich glaube, das wissen einfach viele gar nicht so. Wahrscheinlich unspektakulärer, als man meint, oder? Es ist tatsächlich wahrscheinlich unspektakulärer, als man meint. Vor allem, wenn man ablösefrei im Sommer ist, sozusagen. Also da hast du ja die dritte Partei, also der abgebende Verein, der spielt gar keine Rolle. Das heißt, ich kann im Endeffekt entscheiden, was ich mache. Dementsprechend war es einfach so, dass Ingo Preuß sich bei meinem Berater gemeldet hat. Dann war ich einmal hier zum Gespräch. Hast gesagt, jo, ist nice? Ich habe mir hier alles angeguckt, habe mit Ingo dann anderthalb Stunden oder so einfach über die Philosophie gesprochen, wie er sich das vorstellt, was er auch für eine Mannschaft zusammenstellen will und was er für Ambitionen hat für die nächsten Jahre. Und dann ist das ja immer einfach, für mich ist es immer ein Bauchgefühl, also ob ich das jetzt machen möchte oder nicht, ob das der richtige Schritt war und damals war es ja sozusagen so, dass es dann halt ein Schritt zurück war vom Zweitliga-Aufsteiger Richtung Regionalliga. Und es war auch, glaube ich, von vielen Seiten haben dann auch viele gesagt so, warum machst du das? Und es war auch ein gewisses Risiko, weil wenn ich hier nicht performt hätte in der Regionalliga, dann hätte es auch schnell sein können, ja, dann wird das wohl nichts mehr mit der Karriere. Das kann, hätte auch passieren können, weil ich hätte mich verletzen können, etc. Aber gut, das kann ja sowieso immer passieren. Ja klar, gut, aber das war schon ein gewisses Risiko, das ich damals in Kauf genommen habe. Ja gut, jetzt im Nachhinein weiß man natürlich, hat sich optimal ausbezahlt und alle, die damals vielleicht ein bisschen Kritik geübt haben oder halt das hinterfragt haben, das ist ja auch völlig legitim, das zu hinterfragen, weil es ja nicht im ersten Moment... Ist jetzt nicht so der logische Schritt, ne? Ne, wenn man sich nicht in meine Lage hineinversetzt, ist es nicht der logischste Schritt. Aber da glaube ich für alle ist natürlich für mich auch, also das hätte ich mir ja nicht vorstellen können. Als ich vor zwei Jahren hierher gekommen bin, habe ich ja nicht gesagt, ja, in zwei Jahren unterschreibe ich Ihren Profivertrag, das ist jetzt mein Ziel. Sondern ich habe gesagt, ich kann noch zwei Jahre oder drei Jahre hier spielen, bis ich über der U23-Grenze bin. Die meiste Zeit muss man dann ja auch aus der U23 raus, weil man ja nicht nur drei Spieler pro Spiel sozusagen einsetzen darf, außer U23 oder die über U23 sind, genau, so. Und da kann ich mich dann einfach weiterentwickeln und empfehlen für andere Vereine. Und gut, dass das dann jetzt so funktioniert hat. Ist noch schöner, ne? Noch schöner, jetzt komme ich schon fast ins Schwafeln, weil eigentlich war ja die Frage, wie der Transfer funktioniert. Das habe ich zwar in zwei Sätzen, habe ich das natürlich kurz angerissen. Ich habe die Frage schon wieder vergessen, Freunde, ist doch geil. Ja, aber im Endeffekt ist es einfach so, die Vereine kontaktieren einen und dann trifft man sich meistens mit den Vereinen. Ich finde aber die ausführliche Variante auch viel geiler, weil, wie gesagt, es kann dir halt keiner in den Kopf gucken, was du dir dabei gedacht hast. Und das können die Leute da nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Aber dass dein Plan dann letztlich für dich auch aufgegangen ist. Manchmal ist das nicht immer offensichtlich. Und manchmal denkt man sich auch, ey, das ist vielleicht einen Schritt zurück, wie du auch sagst, aber du gehst einen zurück, um wieder zwei oder drei nach vorne machen zu können. Und das ist ja genau das, was jetzt passiert, ne? Ja, und mal 100. Ja, 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 ja. Für mich, wenn ich damals gesagt hätte, oder wenn jetzt mir jemand gesagt hätte, ich wäre jetzt nach diesen zwei Jahren, mein Vertrag wäre ja jetzt theoretisch im Sommer ausgelaufen hier in Dortmund in der U23 und ich wäre in die zweite Liga gewechselt, hätte ich gesagt, ja, unterschreibe ich erst mal. Ja, ja. Wäre für mich auch top gewesen zu dem Zeitpunkt. Und das ist ja natürlich, hier in diesem Verein, Champions-League-Teilnehmer, Bundesliga zu spielen, ja, mal 100 trifft es ja eigentlich gar nicht. Mal 1.000. Und wahrscheinlich reicht nicht mal das. Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, also man sieht auch wirklich, wenn du davon erzählst, man kriegt das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht, ja, also es ist einfach wirklich so der Traum, den man lebt. Aber ich glaube, auch was du so erzählt hast, auch deine Philosophie, deine Vorstellung, dass man halt auch wirklich was dafür tun muss. Ich denke, es gibt viele Spieler, klar, Lionel Messi, alles klar, dem fällt halt einfach so in die Wiege, der kann Fußball spielen, der hat dieses Talent und natürlich muss der auch was tun, aber wahrscheinlich weniger als andere. Und dann gibt es eben viele, denke ich mal, ja, die auch Talent haben, aber die, ja, wo das Talent alleine nicht reicht, die einfach hier oben auch die Einstellung dazu haben müssen, zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich muss halt schon Knallgas geben, damit das was wird. Und ich glaube, das ist einfach was, was auch zum Beispiel hier in der Region einfach sehr gut ankommt. Ja, das ist eine Malocher-Gegend, das ist eine Arbeiter-Gegend und das wollen die Leute natürlich auch wirklich sehen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, so dieses, ja, Gefühl für so Spielertypen wie dich einfach wirklich da. Und ich kann dir sagen, äh, brühwarm, äh, auch jetzt so Richtung, äh, letzte Saison, wo du dann ja auch immer mal Teil, äh, des Kaders warst und so, ja, da haben die Leute auch ganz oft gesagt, hör mal, bring doch jetzt mal den Tickets, bring den doch jetzt mal. Weil wenn du gespielt hast, immer so dieses wirklich aufopfern, nach hinten arbeiten, Zweikämpfe suchen, das wollen die Leute sehen und das wird schon sehr honoriert hier. Ja, das Lustige ist, ja, dass es, oder das Mannschaftssport ja das ausmacht, dass man, äh, sozusagen einen Mix aus allen möglichen Spielertypen hat. Ja. So, elfmal Steffen Tigges, bringt dich auch nicht weiter. Gewinnt dir keine Meisterschaft, das, äh, ist wahrscheinlich so, äh, und du brauchst einfach einen Mix aus ganz vielen Spielertypen, die sich dann halt, äh, erstens ergänzen und zweitens sozusagen den Saisonsituation einfach anpassen, den Gegnern anpassen, äh, welchen Spielertyp, den du jetzt einfach in dem Spiel brauchst. Und von daher ist es ja auch schwer zu sagen jetzt, dass jemand, der vielleicht eher ein bisschen ein geradliniger Typ ist, äh, in seinem Spiel oder eher ein Zweikampfmonster ist, dass der weniger wert ist, als vielleicht einer, der dir 25 Tore schießt, äh, und, äh, im 1 gegen 1 jeden Gegner auf dem Bierdecke schwindelig spielen kann, ne? Das ist einfach so und das, das vergisst man ja vielleicht auch ein bisschen so in dieser heutigen Zeit, weil du natürlich bei Instagram und so, du siehst die ganze Zeit, du siehst nur geile Tore, du siehst, du siehst nur Tunnel, du siehst die, das nächste geile Dribbling, so, äh, obwohl es, naja, manchmal sieht man auch geile Grätschen, so ist es ja jetzt nicht, das sieht man auch, aber es, äh, wird weniger gezeigt, so, und darum finde ich es einfach wichtig, so zu sagen, jeder Spielertyp ist irgendwie gut, wenn er es natürlich vernünftig macht, äh, weil es einfach sich sozusagen, die Mannschaft sich dadurch ergänzt. Ich meine, es ist natürlich so, das hat Marcel Raducano in seinem Interview auch gesagt, natürlich gerade für so Leute zum Beispiel wie so ein Jason Sancho kommen natürlich die Leute, Cristiano Ronaldo, Messi, gehen die Leute ins Stadion, man will entertained werden, das sind genau diese Entertainer, aber auch elfmal Messi oder elfmal Ronaldo alleine bringen die wahrscheinlich keine Meisterschaften und Titel, weil eben diese, diese Mischung es macht und, ähm, ja, ich sehe das tatsächlich auch so und gerade, äh, in der Region Dortmund oder hier im Ruhrpott ist es einfach wirklich so, ich glaube, die Fans haben auch ein absolutes Gespür dafür, ich glaube, das wirst du ja jetzt hoffentlich dann auch wieder mit Fans im Westfalenstadion im Tempel merken, äh, die haben ein extremes Gespür dafür, wenn wir verlieren, aber du weißt, ey, die haben wirklich sich den Arsch aufgerissen, die haben Gas gegeben und da war eine Mannschaft mal besser als du. Ja, safe, dann hast du halt verloren. Es gibt immer Leute, die mal Tagesform besser sind, dann hast du einen Pfostenschuss, dann kommt noch Spielpech dazu, Spielglück, wie auch immer, kannst du aber in den Spiegel gucken und hast einfach wirklich deine Leistung gebracht, honoriert das hier jeder, dann kannst du auch mal verlieren und ich glaube, das ist so das, was sich der allgemeine BVB-Fan einfach wünscht und ich glaube, so, was man bisher von dir gesehen hat, sei es jetzt U23 oder eben auch bei den Profis verkörperst du das eigentlich schon, also du gibst halt Gas und das kommt rüber und ich glaube, die Unterstützung der Fans kann dir auf jeden Fall sicher sein. Freue ich mich auf jeden Fall, das ist auch mein Anspruch immer erstmal intensiv gegen den Ball zu arbeiten, Gas zu geben, alles reinzuknallen, alles andere kommt dann, aber das ist schon mein Anspruch in meinem Spielertyp. Aber man muss ja auch immer das unterscheiden, jeder gibt ja auf seine Art 100 Prozent und jeder, nur weil einer vielleicht nicht jedem Ball brutal hinterherläuft oder in jedem Zweikampf mit letzter Intensität geht, heißt das nicht, dass er das nicht, also dass er nicht alles raushaut. Das muss man ja auch immer sehen. So ein Jadon Sancho, der wird wahrscheinlich nicht grätschen unbedingt in jedem Zweikampf. Ich mache das aber, aber er macht dafür andere Sachen, das heißt nicht. Man muss das natürlich immer, das hat sich ein bisschen verändert. Der hat es ja auch zum Beispiel jetzt gelernt, also wenn er auch seinen Verlauf zum Beispiel guckt, immer noch ein junger Typ, was der mittlerweile gegen den Ball arbeitet im Vergleich zum Anfang, das ist doch ein Prozess, das ist wahrscheinlich auch bis zu 26, 36 bis ein Prozess, da wird sich immer was verändern wahrscheinlich auch, ne? Ja klar, aber ich meine nur das so, dass man nicht anhand von Grätschen und Zweikampfführung jemandem das absprechen sollte, wenn er das nicht tut, dass man ja nicht alles gibt und nicht alles reinhaut, sondern jeder macht das und das ist ja das, jeder macht das auf seine Art und das hat ihn da oder hat jeden Spieler da hingebracht, wo sie halt dann sind. Und in dem Bereich werden die Leute einfach, das manchmal fehlt mir das so ein bisschen, wenn jemand halt so dieses leicht, ja ein bisschen schnicken, ein bisschen Fußball spielen, so, denen ist das genauso wichtig wie allen anderen, auch die vielleicht in den Zweikampf mit letzter Härte reingehen, die geben genauso alles, so, und das ist ja auch wichtig zu wissen, auch hier in diesem Verein, so, wenn man sagt, man will einfach die Leute, die müssen arbeiten, so, der arbeitet Fußball auf seine Weise, indem er halt einfach nach vorne Gas gibt. Ja gut, ich meine, du hast natürlich dann auch wirklich Schwerpunkte, ne? Und wenn du es natürlich hinkriegst, die Spieler auch nach ihren jeweiligen Stärken auch einzusetzen, dann wird da wahrscheinlich so eine homogene große Masse draus, ne? Und dann ist der eine mal fürs Dribbling gut und der andere wirklich für gegen den Ball und der eine ist ein Kopfballmonster und der andere, ja, ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und das ist aber natürlich schwer zu sehen, auch für die Fans manchmal, ne? Weil ich sag jetzt mal, wenn du eine Grätsche siehst, ja, die siehst du. Ja, dann ist die Hose dreckig, dann hast du da Erde dran kleben und dann sagt man, nein, ja, das siehst du. Was jetzt aber zum Beispiel in Jaden, was in einem vorgeht dann oder so, das siehst du nicht, ne? Und dann ist es manchmal so, hör mal, der macht nicht alles. Kann ich mich auch nicht von frei sprechen, ne? Ne, ist ja auch richtig, wenn du so sagst, so ein lockerer Hackentrick funktioniert nicht, dann denkst du im ersten Moment so, ah, ja, mach einfach vernünftig, also was heißt vernünftig? Ja, ja, genau. Wenn es klappt, ist ja immer das gleiche, wenn es klappt, sieht es total geil aus und alle sagen sich so, wow, geiler Fußballer und wenn es nicht klappt und man läuft hinterher im Konter und kriegt ein Gegentor, dann denken sich alle so, ja, hättest du mal lieber ein bisschen klarer und ein bisschen fokussierter gespielt. Aber du sagst ja auch, du siehst dich wirklich selber auch als Stürmer, als Neuner und das ist genau die Frage, was macht für dich denn Stürmer aus? Weil gerade im deutschen Fußball dieses falsche Neun-Thema ja auch immer noch ein riesiges ist. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan von einer echten Neun. Ja, wie definierst du einen Stürmer für dich? Letztendlich für mich ist ein Stürmer jemand, der sozusagen die Innenverteidiger bindet. Danke. Das ist es halt, weil dadurch, dass, wenn ich jetzt mal nur von mir spreche, dadurch, dass ich die Innenverteidiger binde und sie sich an mir orientieren müssen, ziehen sich natürlich auch irgendwo anders Räume auf und gehen Räume auf, wo dann halt die anderen Spieler, die dann halt sozusagen so ein bisschen um mich herum spielen, um die Neuen herumspielen, dann halt auch ihre Räume bekommen. Das ist vor allem gegen den tiefen Gegner natürlich brutal wichtig. Und das hast du beim BVB fast nur tiefe Gegner, außer jetzt Leverkusen, Bayern, die Großen. Ja, aber das ist schon wichtig, dass einfach da einer ist. Auch klar für Flanken und so, für den letzten Kontakt in der Box ist natürlich ein Neuner essentiell. Aber ein echter Neuner weiß halt auch, wie er sich bewegen muss, ne? Im 16er und im Strafraum. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch, das ist natürlich auch alles Absprachensache, weil es geht ja auch im Training, in der Trainingsarbeit geht es ja auch um Boxbesetzung. Also wer läuft wohin? Der Neuner kann ja nur, wird meistens nur gefährlich, weil vorher ein anderer Räume freigezogen hat, indem er zum Beispiel meinetwegen im Rückraum stehen bleibt. Der Innenverteidiger orientiert sich dann halt an dem Spieler und genau in dem Moment kann der Neuner zwischen Torwart und Gegner kommen und den Ball einfach reinmachen. Ist das genau das Gleiche, wenn ich als Neuner auf Eins laufe und die Innenverteidiger oder die Verteidigungslinie, die Viererkette orientiert sich an mir, dann ist der Rückraum wieder frei. Also es ist nicht so, dass ein oft klar auch, kann ein Neuner durch seine Laufwege natürlich auch einfach brutal torgefährlich werden, wenn er dann Richtung Tor kommt und in der Box dann einfach gefährlich wird. Aber es ist auch oft so, dass es ein Zusammenspiel in der Boxbesetzung einfach ist. Und für mich ist Neuner einfach in dem Moment wichtig, wie schon gesagt, dass er Gegenspieler bindet, im Endeffekt klar Tore erzielt und dann halt auch, das wird halt immer wichtiger, dieser erste Pressingauslöser. Wenn du einfach, wir wollen alle den Ball haben, wir wollen Fußball spielen, so ganz klar, wir sind auch wahrscheinlich als Mannschaft im Fußballspielen besser als im Verteidigen oder im Offensiv. Ja gut, das hast du auch fast bei allen Mannschaften gefühlt? Ja, nicht immer. In der Bundesliga geht es auch anders, wenn ich zum Beispiel Augsburg sehe, wie brutal die gegen den Ball arbeiten. Aber das ist halt deren Philosophie. Ja, die holen sich auch die Spielertypen dafür, ne, für diese Art Fußball. Und wir wollen einfach viel den Ball haben und das heißt, du musst möglichst schnell es schaffen, den Ball wieder zu erobern und das beginnt einfach, da kann sich keiner rausnehmen. Das geht einfach nicht mehr heutzutage. Ja. Und darum ist halt ein Neuner auch wichtig, dass du halt viel arbeiten kannst und viel arbeitest und halt gegen den Ball dann vernünftig arbeitest. Bringt aber natürlich auch nur dann was, wenn du, ich sag jetzt mal alleine als Neuner, also ich sag mal 4-2-3-1 wirklich mit einer klassischen Neuner oder so spielst und du läufst an, aber hinter dir wird nicht mitgeschoben, dann bringt es auch wieder nichts, weil dann läufst du dich dumm und dämlich, aber du hast einfach, na gut, mit einem einfachen Doppelpass dich überspielt und dann war das Thema auch wieder vorbei. Das ist halt bei Pressing generell immer das Ding, alle müssen mitmachen. Du bist der erste Verteidiger vorne, aber alle anderen, es bringt halt nichts, wenn du geile Laufwege hast, wenn du in einem Halbkreis anläufst, wie auch immer, weil du irgendeinen Passweg zustellst, ist das ja schön, liebe Leute, aber das ist ja genau das, was wir auch bei unseren Analysen oder so auch immer gesagt haben, wenn wir zum Beispiel mal ohne Erling gespielt haben, mit Toto meinetwegen auf dem Pinnen oder wie auch immer, ne, rotiert, Marco mal vorne, ja klar, torgefährlich sind sie, Tore schießen können die auch, aber genau was du gesagt hast, deswegen habe ich auch den gemacht, das haben Christian und ich bei den Pölers jedes Mal gesagt. Du hast eine Viererkette und die denken sich alle, hallo Trainer, darf ich mit nach vorne gehen, weil ich habe hier keinen, du hast einfach keinen, dann lässt sich der falsche Neuner einfach zu sehr fallen, ja, so ins Mittelfeld, dann stehen sie sich im Mittelfeld alle auf die Füße rum und keiner bindet die Innenverteidiger. Das ist beim BVB tatsächlich relativ häufig so gewesen, wo ich mir denke, und das waren genau die Szenen, wo wir auch gesagt haben, hör mal, stürm mal rein, Tickets, einfach einen richtigen Neuner, das fehlt schon, muss man wirklich sagen. Ja, es ist aber auch wieder spielabhängig, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Pokal-Halbfinale gegen Kiel denke, da hat ja auch Toto vorne gespielt und da haben wir sozusagen einfach mit vier kleineren, wendigen, wuseligen Spielern gespielt und da hatte Kiel in dem Spiel, also klar auch bei 1. gegen 2. Liga sowieso Champions-League-Teilnehmer, da ist klar, dass man da auch einen gewissen Qualitätsunterschied einfach erwarten muss, aber da haben wir denen auch keine Chance gelassen. Es ist halt wieder, es ist spielabhängig und das ist es am Ende, es ist immer, man muss das immer differenzieren in den Spielsituationen, man kann nicht sagen, es ist nur, nur Neuner ist gut und die hängende Spitze ist nur Scheiße, so das funktioniert so auch nicht. Ich sag mal, du kannst ja zum Beispiel, wenn du einen normalen Neuner drin hast zum Beispiel, dann kannst du ja auch mal, du als Wannspieler zum Beispiel, auch mit der gewissen körperlichen Größe, Erlinge auch, Lewandowski macht das in Paradedisziplin, ja, wirst du angespielt, hältst und die anderen rücken nach. Sicherlich ist es dann mal so, dass dann irgendwie du dann auch verschiedene Spielertypen hast, aber einfach die Option zu haben, diese Neun auf dem Platz zu haben, ich glaube, das ist einfach wichtig und richtig. Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen, dass das viele im ersten Moment so sehen, vor allem, wenn es nach vorne nicht läuft, aber es ist ja nicht immer, es sind nicht immer die Lösungen. Es ist auch manchmal so, wenn du einen klaren Neuner hast, dann wissen die Innenverteidiger, der kommt dann halt selten, sag ich mal, in den Halbraum oder so, der bleibt einfach vorne, dann ist es für die Innenverteidiger oft auch einfacher, sozusagen, ich weiß, gegen wen ich spiele, die, klar, ich bin die auch, aber sie wissen auch, gegen wen sie verteidigen, wenn du aber natürlich eine falsche Neuner hast, dann sag ich, in manchen Spielen, wenn du halt, wir gucken uns die Gegner ja vorher an, wir sehen, welche Räume, welche Lösungen da vielleicht optimal sind und in manchen Spielen ist das, ist halt eine falsche Neun, kann die auch gut sein. So, es ist halt, wie schon gesagt, spielabhängig ist es nicht immer nur schwarz und nur weiß, sondern man muss immer das auch mal losgelöst vom Ergebnis vielleicht im ersten Moment betrachten, weil klar, wenn es nach vorne irgendwie wenig Chancen sind und nicht läuft, dann denkst du ja immer, schmeiß einen Neuner rein, dann soll das schon funktionieren. So, ja, aber wenn der Neuner vielleicht keinen Ball bekommt, dann denkt man sich wahrscheinlich im Unterschluss, wenn du jetzt mal eine falsche Neuner auf dem Platz hast, der sich so ein bisschen mehr bewegt und wo man ein bisschen ins Spielen kommt, auch mal nicht schlecht. Ja, ja, also ich sag jetzt mal, wenn du wirklich der klassische Neuner bist und du bist eigentlich weitestgehend vorne, um die zu binden, du kriegst aber keine Bälle und hängst in der Luft, ja, dann bist du die ärmste Sau auf dem Platz, das ist einfach so. Viele machen das ja dann auch trotzdem, das siehst du auch bei anderen Mannschaften oder so, dass sie dann irgendwann ungeduldig werden und sich dann vielleicht auch als richtige Neun trotzdem ein bisschen fallen lassen, um am Spielgeschehen teilzunehmen. Aber dann hast du zum Beispiel auch irgendwelche Situationen, ja, dann ist da die Neun, du kriegst auch den Ball, so, dann geht es meinetwegen nach außen und dann, ja, wer ist vorne? Also dann hätte es wieder Sinn gemacht, zu warten und zu lauern. Aber es ist halt wirklich nicht mal eben so auf dem Reißbrett gemacht, sondern das ist schon eine komplexe Thematik. Es sind ja auch noch andere Elfleute auf dem Platz, die das verhindern wollen. Ja, ja. Wobei du natürlich auch mit verschiedenen Spielsystemen auch wieder Ingame-Coaching ja wahrscheinlich betreiben kannst. Ich sag mal, es ist ja für die Innenverteidiger dann schon wieder was anderes, ob du dann zum Beispiel in einem 4-2-3-1 und irgendwann stellst du meinetwegen auf den 4-4-2, auf einmal hast du zwei Stürmer, die die Innenverteidiger wieder, weißt vielleicht nicht den Laufweg von dem einen oder anderen unbedingt, hast du auch wieder andere Möglichkeiten, ne, auf einmal, also je nach Situation. Und es ist ja auch im Spiel variabel. Also es ergibt sich ja auch in der Spielsituation, ohne dass wir jetzt von außen sagen, wir stellen jetzt auf 4-4-2 um mit zwei Stürmern oder 4-2-3-1 oder was weiß ich, 4-4-2 mit enger Raut oder so, sondern es ergibt sich auch manchmal aus den Spielsituationen, dass die Leute einfach da stehen und die Leute denken so, habt ihr umgestellt? Ne, es hat sich einfach so ergeben in dem Moment, weil jeder nimmt das ja auch auf dem Platz oder abhängig von den Bewegungen der anderen Spieler, verändern sich ja Räume und die Spieler laufen dann da halt in diese Räume rein, weil sie die erkennen und dann ergibt sich einfach ein anderes Spielsystem und dann bleibt man da halt manchmal 2-3 Minuten drin. Ist das auch so instinktiv tatsächlich bei euch, dass ihr so einfach, natürlich, weiß ich nicht, ihr kriegt das ein geprügelt Tag ein Tag aus, verschiedene Spielsysteme spielen zu können, aber dass du sagst, ey, das macht jetzt gerade mega Sinn, ich sag jetzt mal, letzte Saison, Jadon switcht dann einfach mal mit Marco, wie auch immer, macht das, ruft da immer der Trainer rein oder macht ihr das auch manchmal wirklich situativ, wenn ihr denkt auf dem Platz, ihr seid nun mal immer noch letztlich die, die es am ehesten sehen, hör mal, das macht jetzt total Sinn, weil, dass ihr dann wirklich auch mal selber switcht. Im Endeffekt ist es vor allem so, dass man sozusagen sieht, was der Nebenmann macht, was der, dein Mitspieler macht, wo der sich hinbewegt und dann, wie schon gesagt, ergibt sich irgendwo anders, ergibt sich zwangsläufig einen Raum und meistens reden wir vor allem darum, so diese Räume zu besetzen, unabhängig davon, wer das jetzt am Ende macht. Also, es ist jetzt nicht, klar ist es schon, jeder hat seine Stammposition, aber es ist jetzt, in manchen Spielsituationen ist es egal, ob der rechte Halbraum, sag ich mal, ob ich da drin stehe oder Marco oder ob Marco vorne in der Spitze ist und ich rechts, so, es kann sich im Spiel, klar, sollte es nicht zu oft sein, weil jeder so seine Stärken hat, aber manchmal ergibt sich das einfach, weil sozusagen man ein bisschen Bewegung reinbekommt und es ist schon so, dass wir im Training versuchen, diese Räume sozusagen anzuspielen, im Trainingssituationen auch darzustellen, dass jeder sozusagen, wie schon gesagt, dass sich das halt in den Instinkt einbürgert, sag ich mal und da ist es dann schon so, dass wir dann versuchen halt sozusagen so Abläufe zu trainieren, wo einfach jeder weiß, die Positionen müssen besetzt sein, es ist erstmal egal von wem und das ergibt sich dann halt im Spiel und oft ist es halt auch einfach dann so im Gefühl, so ja, jetzt tauschen wir einfach mal um den, auch jeden Gegner, jeden, wenn wir es jetzt vor allem viel tauschen, ja dann halt einfach die Flügelspieler, um dann einfach so ein bisschen den Gegner vor andere Aufgaben zu stellen, weil jeder Spielertyp halt ein bisschen anders ist und manchmal hat man dann einen Spielertyp auf der rechten Seite, der vielleicht passt vielleicht zu dem, der aber bei uns auf der rechten Seite steht sozusagen und dann tauscht man einfach so, das ergibt sich im Spiel einfach manchmal auch so. Ja, das ist wirklich schon echt spannend, also das ist nicht Muster A, Muster B, Muster C und das kann man immer durchdrücken, sondern da gibt es immer ganz viele variable Situationen und Szenen, die sich dann wieder ergeben. Ich finde, Fußball ist mittlerweile auch für den Kopf, also du musst extrem schnell sein, glaube ich, auch vom Kopf her inzwischen, hat sich nochmal deutlich weiterentwickelt, wenn du das jetzt guckst, 80er, 90er oder so und du guckst jetzt im Fußball an, gar kein Vergleich mehr, ne? Ja, also kann ich schwer sagen, da war ich ja noch nicht auf der Welt, aber klar ist der Fußball schneller geworden. Lustig ist aber, finde ich trotzdem, dass wenn du dir, sag ich mal, Abläufe erarbeitest und ja, sag ich mal, Vorlagen, wie du spielen möchtest, im Endeffekt trifft man sie auch egal, wie das Spiel läuft und wie sich die Statik im Spiel so ein bisschen verhält und wie sich die Variabilität im Spiel auch so ein bisschen verhält, die Abläufe funktionieren meistens trotzdem immer. Also gewisse Sachen, die bleiben einfach immer und die macht man auch immer und die verändern sich auch nicht, egal wie das Spiel, welche, wie das Spiel abläuft. Also ich kann euch sagen, liebe Leute, selber Kreisliga-Trainer, Kreisliga-C-Meister bin ich als Trainer geworden, da war es bei einem Kumpel und mir wirklich so, egal welches System, egal was, der wollte wirklich immer spielen, dass man sich, wie auch immer Doppelpass, ganz einfach durchkombiniert, Grundlinie, Ball in den Rückraum, Abschluss, das waren die schönsten Tore für den und das war eigentlich systemunabhängig. Egal, wie wir gespielt haben, hast du diese Spielzüge immer wieder gesehen. Das wird ja auch immer mehr. Darum können so Mannschaften wie unter Nagelsmann Leipzig, können die ja auch umstellen im Spiel, weil das im Endeffekt ist die Formation nicht ausschlaggebend, sondern die Muster, die man sich erarbeitet hat, greifen einfach immer, egal bei welcher Formation. Klar ist es mal ein bisschen anders. Ja gut. Ob du jetzt Dreierkette oder Viererkette spielst, ist schon ein Unterschied, aber gewisse Muster greifen einfach immer und da kann man sich dran orientieren und da ist die Formation im ersten Moment nicht ausschlaggebend. Ja krass. Also es ist schon echt nicht so ohne. Facettenreich auf jeden Fall. Es macht einfach super Spaß, mit dem Mann hier über Fußball zu sprechen, weil man merkt, also der guckt nicht nur viel, sondern der hat auch wirklich Ahnung davon und das macht schon Spaß. Die Frage, die ich noch habe, ist natürlich auch eine, jetzt bist du bei den Profis, bist fester Teil davon und Marco Rose ist natürlich ein neuer Trainer beim BVB. Ja, wie sind so die ersten Eindrücke, weil ich sag mal, du hast ja jetzt auch die Eindrücke unter Edin eben auch mitbekommen. Was hat sich jetzt so ein bisschen geändert? Wie tickt er? Wie ticken René Maric und unseren Trainerteam so, wie ist so die erste Zeit unter den ersten Tage? Also zu der ersten Frage, ja ich bin fester Bestandteil des Profikaders, also sozusagen mein Profivertrag gilt jetzt ab dem 1.7., also bin ich fester Bestandteil, klar kann sich das mit der U23, ergibt sich das immer mal, wenn ich mal nicht im Kader bin. Also du würdest auch weiter deinen Jungen da aushelfen, wenn sich das irgendwie ergibt? Ja, ich würde auf jeden Fall weiter mitspielen, wenn das gefordert ist und wenn es einfach passt. Manchmal ist es ja auch einfach gut, an Spielzeit zu kommen und zu spielen und auch so. Macht mir das auch Spaß, mit denen zu spielen. Dritte Liga ist natürlich auch eine Plattform, wo man sich trotzdem auch präsentieren kann. Ja, ich glaube, das ist auch nicht ohne. Ne, ist auch nicht ohne. Ich habe ja schon ein paar Dritte Ligaspiele, es macht auch Bock zu spielen und ist auch anspruchsvoll. So ist es ja jetzt auch nicht. Und das Trainerteam ist ja komplett neu zusammengestellt. Also ist ja kein Co-Trainer mehr da. Otto ist ja jetzt wieder Talente-Coach. Wieder Kopf-Talente-Trainer, genau. Und Edin ist ja jetzt genau technischer Direktor geworden und Gappi ist ja jetzt U17-Trainer wieder. Und jetzt haben wir ein komplett neues Trainerteam. Es ist natürlich so, dass man erstmal so ein bisschen sehen muss, was die jetzt für einen Fußball spielen wollen. Das hat sich natürlich, klar, das ändert sich einfach. Die ganze Trainingsarbeit ändert sich, man macht andere Übungen. Da muss man erstmal ein bisschen abwarten, auch auf welche Sachen der neue Trainer Wert legt. Aber grundsätzlich habe ich einen total positiven Eindruck vom Trainerteam, auch von Marco Rose, sehr kommunikativ, sehr offen auch in der Ansprache, spricht positive und negative Sachen einfach ganz klar an. Das ist auch wichtig, ne? Man weiß auch direkt, wo man ist. Und man weiß auch einfach direkt, ja, die Aktion, die hatte einfach lieber, dass man die so löst, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment dachte, ja, ich würde das jetzt vielleicht so lösen, was dann aber im Endeffekt einfach zu seiner Spielidee nicht passt. Und da muss man sich ein bisschen dran anpassen, dran gewöhnen auch, logischerweise. Für mich ist das jetzt auch die erste Vorbereitung richtig beim Profis. Da muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Das Tempo ist nun mal einfach höher. Es geht zwar genauso zur Sache wie bei U23, aber auf einem anderen Niveau. Klar, fußballisch ist das nun mal ein anderes Niveau. Aber ich bin positiv überzeugt davon, dass wir eine richtig gute Truppe zusammen haben, sowohl im Trainerteam als auch in der Mannschaft. Und dass wir hoffentlich nicht sehr erfolgreich sind. Das hoffen wir alle. Vorbereitungen machen ja oftmals, wenn man ehrlich ist, glaube ich, gar nicht so viel Bock. Also man hört auch immer so, oh ja, jetzt dürfen wir wieder laufen. Ich glaube, gestern hat Marco Rosa auch gesagt, musstet ihr dann auch trotzdem hinterher noch auslaufen und so. Wie sind denn so die ersten Tage Vorbereitungen? Gibt es direkt schon wirklich Kaltstart, 100 Prozent Vollgas? Oder steigert ihr das Pensum jetzt irgendwie sukzessive? Weil ich glaube, Marco Rosa hat jetzt auch gesagt, in der ersten Zeit jetzt relativ viel gegen den Ball gemacht auf dem Trainingsplatz. Aber auch viel mit Ball, glaube ich, tatsächlich direkt. Oder habt ihr auch so klassische Linienläufe und so? Gibt es auch. Es ist meistens im Training oder finde ich, in der Vorbereitung gibt es angenehme Teile und nicht so angenehme Teile. Angenehm ist natürlich alles, was mit Ball ist, auch wenn es intensiv ist und anstrengend ist. Er gibt einem Fußballer einen Ball und er ist glücklich. Ja, aber die kleinen Spielformen, das macht natürlich für alle Bock. Aber wir machen auch einfach Läufe, wo du einfach deine Zeiten einhalten musst und dich dumm und dämlich so ein bisschen läufst. Aber es ist letztendlich, es hat sich auch schon ein bisschen verändert. Also es wird schon viel auf Belastungssteuerung und Trainingssteuerung. Das wird schon viel darauf geachtet. Auch in der Vorbereitung ist es jetzt kein klassisches Quälen und Schleifen mehr, sondern da wird schon darauf geachtet. Felix Maggert ist vorbei, Freunde. Soll es auch noch geben, aber ich will auch nicht sagen, was erfolgreicher ist. Letztendlich ist es einfach so, dass da einfach darauf geachtet wird, dass man die Leute oder die Jungs fit kriegt. Und da gibt es mehrere Varianten, als nur stumpf geradeaus zu laufen. Ja, aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, das ist auch Liga unabhängig tatsächlich so. Ja, wie gesagt, sobald der Ball mit im Spiel ist, merkst du manchmal gar nicht, wie krass intensiv das so ist. Weil du einfach, oh geil, Ball. Aber ganz ehrlich, du kannst ja auch Spielformen und Trainingsformen haben, wo du unfassbar viele Läufe hast. Intensive Läufe hast. Und das machen vielen Fußballern, glaube ich, einfach tatsächlich mehr Bock als irgendwelche trockenen Übungen oder eben Läufe oder so. Natürlich gehören die auch mit dazu, aber viel mit Ball ist, glaube ich, schon für jeden Spieler nochmal so Highlight. Ja, auf jeden Fall. Also das macht natürlich Spaß. Wir wollen kicken, wir wollen Fußball spielen. Und wie du schon sagst, die Intensität, die spürt man dann meistens immer erst danach. Ja. Weil im Spiel ist es ja auch so, du wirst ja gezwungen zu laufen. Ja, ja. So, du musst einfach, wenn der Gegner an dir vorbeiläuft, musst du einfach hinterher. Ja, so ist es. Und du musst einfach so schnell sein, wie du kannst. Und das ist ja auch logisch im Endeffekt, die geraden Läufe oder diese Linienläufe, die bringen natürlich auch was. Aber die richtige Spielfitness und so, die holst du dir nur durch diese kleinen Spielformen, diese kleinen intensiven Läufe, die du einfach mit Ball gegenüber hast. Und dann ist ja auch das, das Wichtigste ist ja in der Anstrengung und wenn du einfach im roten Bereich bist, dann noch eine vernünftige Entscheidung zu treffen und dann noch sauber Fußball zu spielen. Und das ist ja das, wo man hinkommen will. Ich glaube, das ist Endgegner, ne? Wirklich so. Ja, wenn du dann einen 180er-Puls hast, dann noch einen geraden Pass zu spielen, da muss man sich schon konzentrieren. Und das ist ja das Wichtigste. Ja, ja. Weil du bist ja im Spiel öfter im roten Bereich und musst dann halt sauber Fußball spielen und das kann man halt über diese kleinen Spielformen halt sehr gut abbilden. Ja. Ja, das ist tatsächlich was, was du eben auch nochmal gesagt hast. Also eine Frage, wie hast du dich persönlich gefühlt, als die Nachricht von der Kader-Nominierung für den DFB-Pokal kam? Und dann natürlich schon wirklich on top. Ja, wie war es dann nochmal, als du dann erfahren hast, geil, ich starte auch noch. Und wann hast du das erfahren? Also es war einfach so, dadurch, dass ja noch Corona, oder Corona logischerweise ist, aber da war es ja noch so, dass man... Ja, richtig am Start, ne? Richtig am Start. Und ich war ja im Prinzip, hatte ich mit den Profis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts zu tun. Also ich hatte im Sommer, beziehungsweise in der letzten Saison, als dann sozusagen das Kleingruppentraining war, waren wir mit ein paar Spielern aus der U23 sozusagen eine Verstärkungsgruppe. Also ihr habt so die Trainingsgruppe aufgefüllt, ja? Ne, wir haben nebendran trainiert. Und falls mal was passiert wäre, hätten wir sozusagen direkt, wären wir halt direkt da gewesen, hätten aushelfen können und waren halt auch in diesem Testpool drin. Aber seitdem war ich im Prinzip gar nicht mehr bei den Profis dabei. Und dann haben wir amstags oder sonntags, glaube ich, gespielt. Und war dann halt... Mit den Amateurs jetzt, ne? Ja, mit den Amateuren, genau. Und dann war es ja im Prinzip, hätten wir auch an dem Tag, hätten wir auch noch gegen Düsseldorf 2 mit der U23 gespielt. Von daher war jetzt der Ablauf für mich sozusagen erstmal ganz normal, dass man am nächsten Tag regeneriert. Und dann habe ich aber schon am Spieltag erfahren, sozusagen nach dem Spiel abends, dass ich jetzt nochmal auf Corona getestet werden muss, weil bei den Profis, ja, Yusufa, dann sich doch verletzt hatte und sozusagen nicht spielen konnte. Bei Erling war es ja schon dann vorher klar. Und dann musste ich ja auch erst nochmal zweimal innerhalb von 48 Stunden negativ auf Corona getestet werden, dass ich überhaupt erstmal trainieren durfte. Das heißt, ich habe vor dem Spiel gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Ach, krass. Also ich bin da, ich glaube, wir haben... Einmal ins kalte Wasser? Haben wir Dienstag oder Mittwochs gespielt? Ich weiß, das gehört gar nicht mehr. Ist ja auch egal, am Tag davor bin ich sozusagen zur Mannschaft gekommen. Ich kannte viele auch noch gar nicht und bin dann einfach mitgefahren. Also erstmal schon ein komisches Gefühl. Hallo, ich bin's, der Steffen. So kann man natürlich auch direkt keinen schlechten Eindruck machen, wenn man es im Training nicht hinbekommt. Und so, das war alles gut. Und dann hatte ich schon so, man hört das ja dann, der klassische Flurfunk, hatte ich schon so mitbekommen, so ja, Edin will schon mit richtiger Neuen spielen und es kann schon gut sein, dass du spielst. Und so, da war ich natürlich auch mal so, ja, weiß ich jetzt noch nicht, gucke ich mal, schaue ich mal. Wollte mir vielleicht auch einfach nicht zu viel Druck machen, wenn ich mir jetzt schon anderthalb Tage davor denke. So, oh, jetzt spielst du und dann... Ja, vor allen Dingen wäre es vielleicht auch doch eine Enttäuschung gewesen, wenn du das jetzt so in deinem Kopf hast, oh, jetzt spielst du, spielst du und dann sagst du, nee, doch nicht. Nee, das wäre keine Enttäuschung für mich. Für mich war es ja, also, es war ja schon überhaupt geil dabei zu sein. Also so, dass sozusagen, wenn jemand ausfällt bei den Profis oder halt klar für die Position, dass ich dann sozusagen der Erste bin, der dann sozusagen hinten dran steht und diese Position ausfüllen darf, das war ja schon ein riesiges Gefühl. Und dann hatte Edin mir das am Spieltag nachmittags irgendwann gesagt und dann war natürlich so, ja, jetzt musst du einfach alles raushauen, weil das ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss, der dir gegeben wird, weil, klar, zweite Runde DFB-Pokal ist nicht, da geht es um viel, wenn du nicht weiterkommst und wenn du scheiße spielst, dann brennt aber die Luft. Aber hallo. Ich hatte aber keinen Druck, so war es nicht, aber es war einfach schon, es war ein Vertrauensvorschuss und da hatte ich einfach das Gefühl so, das will ich unbedingt zurückzahlen. Da hatte ich schon, also klar, extra Motivation sowieso, beim Profis erstes Pflichtspiel, zweite Runde DFB-Pokal. Ich habe vorher auch noch keinen DFB-Pokal gespielt, das heißt, es war auch nochmal ein Debüt für mich. Und dann nochmal dieser extra Vertrauensvorschuss, den man einfach zurückzahlen möchte vom Verein, vom Trainer. Und ja, so wie man das dann von den anderen gehört hat, war es dann ja auch ein gutes Spiel. So hat sich dann ja auch, so hat sich das ja die ganze Saison dann oder die ganze Rückrunde für mich dann ja auch dargestellt, dass ich dann fest bei den Profis war. Ja, genau. Hätte ich wahrscheinlich scheiße gespielt, wäre ich wahrscheinlich schnell. Ja gut, so schnell kann es gehen. Ja, so war es dann. Und von daher irgendwie, nee, Druck hatte ich gar nicht so richtig. Klar war man aufgeregt so ein bisschen, aber so richtig Druck habe ich mir nicht. Nicht gemacht, sondern ich habe einfach gesagt. Und die anderen waren ja auch nicht, ne? Hey mal Tiki, heute drei Tore musst du machen. Nee, sowas nicht. Es war einfach so, alle haben gesagt, waren super Kollegialen, haben gesagt, ja, hau dich einfach rein, gib das, was du kannst. Und von daher war einfach ein geiles Spiel, dass wir dann weitergekommen sind und war ja dann der Schritt zu was ganz Großen, was man ja zu der Zeit noch gar nicht wusste, aber was sich dann ja auch daraus entwickelt hat, auch DFB-Pokalsieg, hätte ich vor zwei Jahren auch nicht dran geglaubt, dass ich mal DFB-Pokalsieger bin. Wie ist das denn, sagen zu können immer, ich bin wirklich DFB-Pokalsieger? Das ist schon geil, oder? Hast du es realisiert? Ja, realisiert schon, aber man kann das gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, so wie sich das anfühlt, weil das ist einfach, als man da stand, man hat das so oft im Fernsehen gesehen und so, es ist halt in Deutschland mit der Meisterschaft so, das Maximale, was du erreichen kannst. Ist so, es ist so. Und ich konnte das gar nicht beschreiben, wie sich das angefühlt hat, das zu erreichen und es war ja auch noch so, ich habe ja auch gespielt, dann sozusagen in der DFB-Pokalsaison habe ich auch gespielt, das heißt, ich hatte... Du hast deinen Anteil daran, definitiv. Ich hatte meinen Anteil und so, das war dann halt nochmal dieses so, wow, ich habe diesen Anteil daran, ich fühle mich auch richtig so, wenn man vielleicht nicht gespielt hat, ist es vielleicht für manche dann auch schwieriger sozusagen, ich habe meinen Anteil, klar habe ich in der Trainingsleistung oder in der Trainingsarbeit, hat man seinen Anteil, logisch, aber jeder hat seinen Anteil, ist ja auch jeder, der im Staff und im Trainerteam, es hat genauso seinen Anteil, auch wenn er nicht auf dem Platz steht, aber als Fußballspieler willst du natürlich auf dem Platz helfen und dadurch, dass ich gespielt habe, war es natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, also man fühlt sich dann ja auch richtig wie ein DFB-Pokalsieger, wenn man nicht gespielt hat, ist es dann immer so, man denkt so, ja... Ja, man ist halt Teil der Gruppe, aber andere haben es gewonnen oder so, ja genau. Man hätte gerne gespielt, aber nee, das war schon was ganz Besonderes, auch wenn es leider ohne Fans war, so... Ja, was meinst du, was dann los gewesen wäre, Berlin-Marathon-Tor und dann... Man hat es ja auch gesehen, dass hier, was hier dann am Borsigplatz und so abgegangen ist, das haben wir ja auch mitbekommen und das natürlich, diese Dimension, das mitzubekommen, was das für die Leute auch bedeutet, das ist ja nicht nur für uns wichtig und für uns so ein geiles Gefühl, sondern für alle, die es mit dem BVB halten, ist es ja auch so ein geiles Gefühl und das macht es ja nochmal umso schöner für uns, weil man sozusagen weiß, was das für andere bedeutet und was man dann für andere auch für wahrscheinlich ein halbes Jahr voller Glücksgefühle... Ich kann dir sagen, ich fühle mich auch als Fan immer noch großartig, ja, das ist einfach wirklich, ist genau wie du sagst, ne, also du gewinnst diesen Titel wirklich für dich, natürlich, klar, du hast dann in der Vita stehen, ist halt auch geil, aber eben auch für eine ganze Region. Und ich sage jetzt mal, liebe Pölerswanne, das muss der extra Motivationsschub sein, um jetzt endlich die Meisterschaft mal wieder anzugreifen, 2-12 ist schon ein paar Tage her und immer nur Bayern wird irgendwann auch langweilig, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich glaube, das kann halt auch nochmal so der Push sein, weil du genau weißt, was meinst du, wenn du wirklich jetzt nach so einer Abstinenz und dann hast du wieder Fans im Stadion und du holst dann eine Meisterschaft, Dortmund explodiert, das kann ich dir sagen, 500.000, 600.000 Menschen und dann gibt es nur noch ein Gas Vollgas, das kann ich aber sagen. Also alles dafür tun, liebe Leute. Ich glaube, ja, wird natürlich nicht einfach, aber wir versuchen alles dafür, das zumindest DFB-Pokal, das zu wiederholen. Da ist man natürlich, als Titelverteidiger hat man natürlich auch einen gewissen Druck. Man will den Titel verteidigen, das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit und in der Meisterschaft, man will immer besser sein als das letzte Jahr. Und was das heißt, das ist dann bei jedem selber überlassen. Das könnt ihr jetzt interpretieren wie ihr wollt, Freunde. Was war denn für dich, jetzt noch ein, zwei abschließende Fragen, was war denn für dich irgendwie mehr Gänsehautgefühl? Wirklich das Profi-Debüt oder jetzt wirklich auch in Wuppertal mit der U23 der Aufstieg? Das ist echt schwierig zu sagen. Glaube ich. Ja, weil das Profi-Debüt ist natürlich das, worauf man vielleicht auch jahrelang hinfiebert und hinarbeitet. Wenn ich jetzt DFB-Pokal-Debüt, Profi-Debüt, Bundesliga-Debüt würde ich da mal so in eins packen. Das ist das, wovon man ja auch träumt, wenn man eine Sportschau guckt, wenn man eine 15.30 Sky-Konferenz guckt. Da träumt man ja als kleines Kind davon, das mal zu schaffen. So, das ist einfach so, wenn man Fußball spielt, dann will man das einfach gerne schaffen und dann im Spiel kann man das gar nicht so wahrnehmen, weil es halt ein normales Spiel ist im Endeffekt, so wie jedes andere Spiel auch erstmal. Man will das Spiel gewinnen, so unabhängig davon, ob ich mein Debüt feiere, ob ich Bundesliga-Debüt, DFB-Pokal-Debüt, man will erstmal das Spiel gewinnen. Und beim Aufstieg mit der U23 war es so, das ist ja ein Jahr harte Arbeit mit der Mannschaft und da hängt ja so viel dran, so viel auch, auch wenn wir vielleicht nicht so viele Rückschläge mit der U23 hatten, schon mit Corona schwere Zeiten, wir hatten Corona-Fälle, wir hatten Leute, die auch ein bisschen einen ärgeren Verlauf hatten, so, da hängt einfach viel dran und das ist einfach, das kann man gar nicht vergleichen, weil es unterschiedliche Gefühlslagen sind. Das eine ist ein Jahr lang harte Arbeit mit einem kleinen Kern von Leuten, mit denen man dann richtig eng zusammengewachsen ist und das, was einem auch für immer bleibt und immer verbindet als Mannschaft. So, es können auch nicht viele Leute sagen, aufzusteigen, egal in welche Liga, es ist immer, das ist einfach ein Jahr, ein Jahr in einem Moment. Du steigst Kreisliga C und du steigst nur in die Kreisliga B auf, aber es ist dasselbe. Ja, es ist ein Jahr in einem Moment einfach oder an einem Tag löst sich diese ganze Anspannung und, na gut, wenn man jetzt das so sieht, dann ist ein Bundesliga-Debüt halt ein ganzes Fußballerleben in einem Moment. Ja, das stimmt. Eigentlich so die ganze Karriere von Bambini an ist eigentlich so. Ja, und wenn man dann halt so in den Nachwuchsleistungszentren oder Zentren gespielt hat oder in den Jugendmannschaften gespielt hat, man hat ja auch mit vielen Leuten zusammen gespielt, die es nicht so weit geschafft haben und von daher hat man auch viel aufgegeben und viel investiert vor allem. Das stimmt. Und von daher, ja, wahrscheinlich ist das Bundesliga-Debüt dann für mich nochmal höher anzusiedeln, aber von den Emotionen war der Aufstieg mit der U23 auch schon, das war auch schon Wahnsinn, wie man sich da gefühlt hat. Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch nochmal so ein richtiges Herzschlagfinale war, ne? Ich meine, Essen und ihr habt euch da wirklich die konstante Saison über nix geschenkt, aber so gar nix. Und dann kam ja eben auch nochmal dieser eine Spruch, ne? Also dieses ganze Thema war ja auf einmal doch eins. Und da ist auch so die Anschlussfrage, hat das mit euch als Mannschaft nochmal irgendwas gemacht? Hat euch das negativ beeinflusst? Habt ihr es überhaupt mitbekommen drumherum? Ja, mitbekommen, klar. Also das kannst du ja nicht wegreden. Ja, ja. Das ist einfach und es waren natürlich immer die ersten Fragen an Ingo, an unseren Trainer. Was ist da dran? Also kann es wirklich sein, dass das ein Problem wird für uns? Da war von Anfang an bei uns ganz klar, ne, wir haben nichts gemacht, was man uns irgendwie vorwerfen kann. Ja, ja. Es war alles abgesprochen. Ja, klar, das ist ja unabhängig davon. Es war alles abgesprochen mit dem Verband. Es war alles ganz sauber, ganz seriös geklärt. Von daher war es dann für uns relativ schnell gegessen, weil wir wussten, dass da einfach erstmal gar kein Angriffspunkt oder gar keine Angriffsfläche ist. Klar weißt du nicht, wie dann so ein Verband das entscheidet. Das ist ja immer noch was anderes. Aber im Endeffekt war dann auch so ein bisschen so, jetzt erst recht, weil wir haben bis dahin ja auch, also selbst wenn wir vielleicht nicht aufgestiegen wären, wäre es ja mit dann vielleicht ein, zwei, also noch mehr Niederlagen, wäre es ja trotzdem eine überragende Saison gewesen. Mit 90 Punkten nicht aufzusteigen ist für Essen auch schon bitter genug. Ja, paar hundert Pro, ja. Normalerweise musst du, wenn du überlegst, in anderen Regionalligen spielen Mannschaften zehn Spiele und steigen halt auf, weil es halt dann da so geregelt ist. Und das ist ja auch für jeden Verband oder jede Regionalliga erklärt das ja auf seine Weise. Es ist natürlich ehrlich, wenn du eine ganze Saison spielst, gewinnst 95 Prozent deiner Spiele, holst 90 Punkte, steigst nicht auf, das ist ärgerlich. Und da kann ich auch jeden verstehen, die dann halt auch so einen Einspruch einfach nehmen, um halt alles für seinen Verein zu geben. Und da bin ich jetzt auch keinem von Essen oder so sauerböse oder so. Das ist einfach, die dachten, da wäre was falsch gelaufen. Wenn was falsch gelaufen wäre, wäre es auch alles so recht. Dann hätte man ja ein gutes Recht gehabt, einen Einspruch einzulegen. Ja, genau. Und da hoffe ich einfach mal, dass da jetzt kein böser Hintergedanke ist, sondern einfach nur für seinen Verein alles tun. Aber letztendlich waren wir dann ja auch nochmal zwei Wochen im Quarantänehotel, damit wir nicht nochmal einen Corona-Fall hatten oder hätten, weil es gab keine Ausweichspieltermine mehr. Das heißt, wenn wir nochmal einen Corona-Fall gehabt hätten und ein Spiel absagen hätten müssen, hätten wir halt die, oder hätten wir das Spiel verloren, kampflos verloren am grünen Tisch. Da sind wir einfach nochmal ins Hotel gegangen, waren dann einfach 24-7 aufeinander. Und man hatte so im ersten Spiel, ich glaube, das erste Spiel war dann in Strählen, da haben wir dann relativ souverän gewonnen und dann war zu Hause gegen Homberg. Und das war dann so, das wäre sozusagen die Vorlage für drei Matchballspiele gewesen. Ja, genau. Und da haben wir es dann ja so ein bisschen vergeigt, da haben wir dann ja unentschieden gespielt. 2-2 oder so. Genau. Und da war dann schon so ein bisschen so, oh, kriegen wir Nervenflattern? Aber es war, in der Mannschaft war es nicht so krass ein Thema, dass wir irgendwie Nervenflattern kriegen oder dass wir jetzt irgendwie Angst haben, irgendwas zu verspielen. So, weil wir wussten einfach von unserer Qualität und letztendlich wollten wir es eigentlich schon verhindern, dass wir am letzten Spieltag in Wuppertal nochmal, dass es um alles oder nichts geht. Das haben wir dann aber nicht geschafft. Aber es war umso geiler eigentlich, weil dann einfach in diesem Moment des Abpfiffs war dann halt die ganze Saison so, da war einfach eine 1+. Ja, das war einfach eine 1+, dann so mit dem Spiel. Das hat dann auch einfach gepasst zu dieser Saison. Es ging nicht alles bergauf, auch wenn die Ergebnisse immer gut waren. Aber es waren auch schon ein paar Phasen, wo es einfach dann vielleicht nicht so gut lief. Und letztendlich, so diese Herzschlag-Finals, die machen es dann ja doch nochmal, macht es noch ein bisschen süßerer, den Sieg. Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, und umso bitterer in der Niederlage. Aber das ist ja nicht unser Thema, Freunde, ne? Nee, das war uns in dem, oder an dem Tag war uns das dann auch schon egal. Ja, normal. Und so, aber auch in dem Spiel im Wuppertal, klar, war die erste Halbzeit schlecht und war auch klar, weil... Zu Spielen musst du trotzdem noch gewinnen und drehen. Ja, aber es war, ob es Druck war oder nicht, es war einfach keine gute Leistung. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man direkt gemerkt, was das für die Jungs auch bedeutet hat und was das für die ganze Mannschaft bedeutet hat, weil alle sich so aufgerissen haben und so aufgerieben haben. Und als wir dann das 1-1 gemacht haben, danach war es dann schon so, dass das Spiel so ein bisschen hin und her ging. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir es irgendwie noch aus der Hand geben. Und dann, klar, mit dem 2-1 war das Ding ja sowieso der Deckel drauf, das Ding durch. Und da war dann einfach komplette Eskalation. Ja, auch zurecht. Auch einfach zurecht. Ja, nach so einem Jahr, wie schon gesagt, das lädt sich dann ein Jahr lang auf. Und irgendwann bist du ja so, sag ich mal, nach der Hinrunde, wenn es dann gut läuft, du bist Erster. Dann irgendwann sagst du ja für dich, auch wenn man es nicht immer gerne nach außen kommuniziert, ja, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, wäre schon ärgerlich nach einer guten Hinrunde. Ganz ehrlich, intern musst du das ja auch so sagen. Und dann bist du zehn Spieltage vor Schluss immer noch Erster. Und dann baut sich so langsam immer mehr so ein bisschen Spannung auf. Und man will es dann ja auch nicht verkacken, sondern man will es ja auch dann durchziehen. Und diese ganze Anspannung, die man dann hat, die löst sich dann in diesem einen Moment mit diesem Abpfiff. Oder ja, mit diesem Abpfiff eigentlich auch schon fast mit dem 2-1. Da waren wir uns dann eigentlich alle schon relativ sicher, dass das für uns positiv ausgeht. Und von daher, ja. Wer war dann hinterher so die absolute Partykanone in der Kabine? Ich habe auf jeden Fall Tobi Raschl, glaube ich, relativ weit vorne gesehen. Ich glaube, da kann ich keinen irgendwie schlecht reden oder so. Haben alle Gas gegeben? Es haben alle Bock gehabt und es war dann auch ganz lustig. Ja, wie gesagt, so eine ganze Saison, die ganze Arbeit entlädt sich in der einen Situation. Und wenn du dann nicht Gas gibst und feierst und einfach mal 5 Grad sein lässt, wann denn dann? Das gehört dann einfach auch dazu. Eine abschließende Frage habe ich aber tatsächlich noch und das ist nochmal eine persönliche. Was sind denn wirklich deine persönlichen Ziele? Einmal natürlich als Fußballer Steffen Tegges, aber auch als Privatperson Steffen Tegges. So für die Zukunft. Fange ich mal als Fußballer an. Mein erstes Bundesligator. Das steht für dieses Jahr auf jeden Fall auf der Agenda. So. Jetzt haben wir es. Ja. Da muss auf jeden Fall was kommen. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Also den Druck kannst du dir jetzt schon auch machen, ja? Ja, da mache ich mir keinen Druck. Aber ja, das sollte kommen. Klar, Spielzeit in der Bundesliga. Das will ich gar nicht irgendwie in Minuten messen. Sondern einfach so das Gefühl zu haben, dass sich jeder auf mich verlassen kann. Wenn ich eingewechselt werde, dass ich mich rein haue. Dass ich irgendwie auf meine Art einen Mehrwert für die Mannschaft irgendwie bieten kann. Und dass ich auch einfach ein fester Bestandteil der Profis bin. Dafür muss ich mich auch noch weiterentwickeln. Klar, wenn ich aus der Regionalliga komme, dann ist das einfach ein großer Schritt. Da muss man sich einfach ein bisschen verbessern in allen Punkten, in allen Bereichen. Darauf habe ich einfach Bock, mich zu verbessern, mich stückweit oder immer sukzessive an dieses Niveau weiter anzupassen. Aber du hast natürlich jetzt auch die Mitspieler dazu, ne? Ohne jetzt die Jungs aus der U23 schmälern zu wollen. Aber es ist natürlich auch da nochmal von den Mitspielern ein Qualitätssprung. Und ich glaube, da profitierst du alleine jetzt schon mal von, ne? Wie du sagst, so ein Erling, du hast jeden Tag die Möglichkeit auf dem Trainingsplatz. Du guckst es dir natürlich an, guckst es dir ab. Das ist natürlich der Best Case für jeden, ne? Dass du da wirklich die absolute Top-Klasse um dich herum hast, um dich zu verbessern. Auf jeden Fall, ja. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Kann verstehen. Als Privatperson irgendwie Ziele hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so, sondern einfach so bleiben, wie ich bin. So, ich ändere mich nicht dadurch, dass es jetzt irgendwie sportlich besonders gut läuft oder dass ich jetzt Profi bin oder Bundesligaspieler. Das ändert mich als Person überhaupt nicht. Schöner Satz. Das macht auch keinen Unterschied im Endeffekt. Weil sozusagen, ich sehe das ja bei meinen Kumpels und so, da bin ich genauso der gleiche Typ, wie ich vorher auch war. Und da bin ich der gleiche Typ, wo ich in Osnabrück oder in Dortmund spiele. Und man muss ja auch im Endeffekt sagen, jeder ist ja auch sozusagen in seinem Bereich, in seiner Arbeit, in seinem Beruf, macht jeder das, was er gerne macht und was wahrscheinlich dann auch am Ende den Kühlschrank füllt. Und von daher unterscheide ich mich da gar nicht von meinen anderen Jungs und von meinen Freunden. Ja, ich glaube, das ist auch gut so. Ja, das würde mich auch ärgern, wenn es so wäre oder wenn es so rüberkommen würde. Wobei deine Jungs würden es dir wahrscheinlich auch relativ schnell sagen, oder? Wenn wir sagen, hör mal Steffen, jetzt haben wir den Eindruck, jetzt kriegst du einen Höhenflug. Wahrscheinlich. Das würde mir auf jeden Fall gesagt werden. Aber von daher einfach da bodenständig bleiben und dann läuft das alles, würde ich behaupten. Ich finde, das ist ein hervorragender Schlusssatz und ich finde, wie gesagt, da ist ganz, ganz viel Wahres dran. Also vielen lieben Dank. Letztlich haben sich auch viele Fragen einfach von selbst ergeben, dass du das mitgemacht hast hier. Ich glaube, viele haben jetzt auch einfach mal einen Eindruck auch von dir bekommen, den sie so bisher noch nicht hatten. Und ja, es bleibt natürlich nur noch zu sagen, dass wir Fans und die ganzen Borussia Dortmund Fans, die jetzt auch von YouTube dazu gucken, dass wir dir natürlich die Daumen drücken. Und ja, dass wir uns einfach wünschen, dass es für dich gut läuft, dass du genau das, was du vorhast, auch umsetzen kannst. Dazu zählt natürlich einfach auch verletzungsfrei zu bleiben. Das ist immer das nötige Quäntchen Glück, was man noch braucht. Das wünschen wir dir alle. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, ihr kennt das Spiel inzwischen bei uns, Daumen nach oben. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Interviews mehr, keine Live-Blogs, keine was weiß ich, BVB-News, alles rund um Borussia Dortmund bei den Pöllers. Steffen Tigges war im Interview, hat sich unseren Pöllers Fragen souverän gestellt, finde ich. Ja, überragend. Und ja, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gar kein Problem. In dem Sinne. Du hast mir ein relativ lockeres Interview versprochen, das hast du gehalten. Yes! Sehr schön. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, das freut uns und wir sind raus. Bis dann, liebe Pöllers Bande, haut rein!